Willkommen, mein Name ist Kai Suko von Beamer24. Wir sind heute hier im Kino von Beamer24 und ich begrüße jetzt hier den Ecki Schmidt. Und zwar geht es ja heute um die Neuvorstellung des neuen LG Lago 2.0 und ob es sich lohnt auf diesen Beamer umzusteigen oder den eben neu anzuschaffen. Und ich denke, das lohnt sich ja schon alleine durch das goldene Objektiv. Genau, ich weiß nicht, ob man das im Video so richtig sieht, er hat tatsächlich einen vergoldeten Objektivring, leider nicht massiv Gold, insofern Wertsteigerung ist wahrscheinlich nicht so extrem. Das wird man ja wahrscheinlich dann im Bild sehen. Ich habe jetzt auch noch keine farbbeeinflussende Wirkung gesehen, also ich weiß nicht, ob die Goldhöhe jetzt besser sind im Bild. Das ist natürlich nur ein Akzent, ein modisches. Ich habe jetzt hier den alten in der Hand. Da sieht man ja, was hat sich denn da jetzt in erster Linie verändert? Gut, am Chassis, man sieht, also abgesehen von dem goldenen Ring ist das gleich geblieben. Tatsächlich sind auch die technischen Eigenschaften, die technischen Eigenschaften sind auch im Grunde gleich geblieben, 1400 Lumen, LED-Lichtquelle mit 30, 40.000 Stunden Laufzeit oder noch mehr glaube ich sogar. Äußerlich, die Anschlüsse haben sich was verändert. Ja genau, das habe ich eben gerade gesehen, schon allein durch die Farben, dass da irgendwie die analogen Signale sind. Genau, da gab es ja diese analoge, also das sind ja so Klinkenbuchsen und da gab es diese Adapterkabel, wo man dann Komponente oder auch sogar noch alte Composite-Signale einspielen konnte. Das ist jetzt wegrationalisiert worden. Das braucht glaube ich jetzt mittlerweile wahrscheinlich wirklich gar niemand mehr. Dafür sind jetzt die beiden USB-Ports nebeneinander gerutscht. Aber im Großen und Ganzen sind auch die Eingänge ziemlich unverändert geblieben, was aber auch jetzt kein Nachteil ist. In der Weile auch schon rundum ausgestattet. Ja, aber was ist jetzt, sagen wir mal, hauptsächlich neu? Ja, also man muss ja tatsächlich sehr stellvertretend mal sagen, dass dies geht drei Jahre jetzt bald. Das sind ja Lichtjahre eigentlich für alle Projekte. Ja, das sind also gerade für alle. Für heutige Zeiten ist das für ein Smartbeamer, war ja der erste Smartbeamer. Das ist natürlich wirklich Ewigkeiten und da liegt jetzt auch eben der Schwerpunkt. Man hat das alte Betriebssystem, das war ja eines der ersten smarten Betriebssysteme von LG mit Apps. Das hat man jetzt ersetzt durch tatsächlich das WebOS. WebOS gibt es ja schon seit einigen Jahren bei den Fernsehern. Auch bei LG Beamer gab es das ja jetzt auch schon seit einer Generation. Und der neue Lago 2.0 hat tatsächlich jetzt das allerneueste WebOS in der 4.0 Version bekommen. Hat jetzt WebOS 4.0 und das bietet natürlich einige Vorteile in der Bedienung, in der Geschwindigkeit. Also diese ganze Interaktion ist einfach besser. Und das hier war noch ein bisschen rudimentär im Vergleich zu dem hier. Ja gut, hier der Lago, ich nenne ihn jetzt mal 1.0, der hatte ja keine Zahl und keine Nummer, aber der war ja schon sehr, sehr erfolgreich. Genau, deshalb lief er ja auch drei Jahre. Er hat ja tatsächlich den Beamer Markt so ein bisschen revolutioniert. Das war ja der erste LED-kompaktes Smartbeamer für überall. Das Konzept ist auch beibehalten worden und einfach jetzt eben technisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Aber jetzt mal zum Thema Event. Genau. Wir machen ja heute ein bisschen neugierig auf das Gerät, hoffentlich. Aber es wird am 13.04. hier bei BIMA24 in dem Kino auch ein... Dieses LG Frankfurt Event stattfinden. Genau. Das LG Frankfurt, das machen wir zusammen mit LG. Da werde ich persönlich einen Workshop machen zum Thema Lichtquellen und Farben und auch ein bisschen kalibrieren. Und da beschäftigen wir uns natürlich mit den neuen Geräten von LG. Nicht nur mit dem Lago, sondern auch mit den Laserprojektoren. Es kommt ja, das ganze Line-Up wird ja auf 2.0 abgedatet. Und LG ist ja tatsächlich einer der wenigen Hersteller, die alle Lichtquellen unterstützen. Wir können ja noch mal kurz auf die Vorteile von so einem LED-Beamer noch mal eingehen. Man braucht ja da keine Lichtquelle mehr, also keine Lampe, sage ich jetzt mal. Natürlich, LED ist ja die Lichtquelle hier. Genau. Die aber auch für die Farben verantwortlich sind. Und das heißt, wir haben hier auch keinen Regenbogeneffekt, wie das jetzt bei anderen Systemen ist. Also es ist doch, sagen wir mal, das Bild ist sehr angenehm und auch die Folgekosten sind eben gering. Ja, es sind ja eigentlich drei Lichtquellen. Ein herkömmlicher BIMA24 hat nur eine weiße UHP-Lampe. Er hat praktisch drei Lichtquellen, eine rote, eine grüne und eine blaue LED. Und jede dieser drei LEDs sorgt für die Grundfarben. Deshalb hat der auch, obwohl es ein Single-Shift-DLP-Projekt ist kein Fahrbrad mehr, sondern diese drei LEDs werden wie so eine Ampel durchgeschaltet. Das geht viel schneller als bei einem Fahrbrad. Übrigens auch leiser, weil keine Mechanik im Spiel ist. Und dadurch hat er eben viel weniger Regenbogen, weil man die Frequenzen erhöhen kann. Und deshalb ist das Gerät, das hier auch bei vielen sehr beliebt, die eben da empfindliche Augen haben. Ja, ja. Gut, also dann würde ich doch mal sagen, wir haben ja das Hauptsächliche jetzt gesprochen und wir möchten jetzt hier eine Projektion aufbauen und da steigen wir dann später weiter fort. Ja. 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 Ja sä. Ja. 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 Ja, Herrschlein, sk�轟. Ziehen Sie alle ja. so willkommen zurück ich bin es wieder der ecchi und der kai und wir fahren jetzt fort wir haben den lago 2.0 jetzt hier aufgebaut und der ecchi führt euch jetzt so ein bisschen durch das menü ja wir haben jetzt hier also erstmal eine externe hdmi quelle angeschlossen also praktisch der klassiker bei heimkino beamern jeder projektor ist ja auch eigentlich auf eine externe quelle angewiesen aber nicht so der lago bzw lago 2.0 denn er hat ja eine komplette smart oberfläche und hier sieht man die wenn man die home taste drückt kann man egal wo man ist kriegt man sofort das quick menü hier zur zur auswahl und ja das ist eigentlich so intuitiv alles zu zu bedienen das ist praktisch überhaupt keine erklärung bedarf man hat hier praktisch alle apps und alle funktionen auf dieser ausweihliste die man sogar auch noch nach bedarf selber sortieren kann man kann also tatsächlich jede app platzieren wo man möchte nach prioritätensetzung und dann kann man die die starten diverse apps sind schon vorinstalliert besonders interessant ist natürlich die youtube app das ist ja praktisch das fernsehen von heute da können wir mit einem knopfdruck die einfach starten ich mache das jetzt mal also hier sehen wir noch das hdmi bild jetzt starte ich mal die youtube app und man sieht auch wie schnell das alles geht der neue lago 2.0 hat jetzt ein quad core prozessor damit das alles schnell läuft und je nach internet hat man dann sofort direkt die videoinhalte man sieht das hier kann man da beliebig aussuchen haben wir natürlich nur jugendfreies jugendfreies und wenn man hier ein video aussucht dann sieht man auch dass das sofort startet und sehr schön ist halt auch gemacht dass eben die zwischenbildberechnung immer aktiv ist also man kann die selber einstellen in jeder app das war auch noch beim lago 1 ein bisschen komplizierter hier kann man jetzt tatsächlich wenn man auf diese taste geht sofort ins bildmenü kommen das hat auch nicht mehr diese diese extrem wartezeiten und dann kann man hierbei picture menü zum beispiel hier alles einstellen und wenn man jetzt hier auf die picture options geht dann ist da die die beliebte true motion funktion die wurde übrigens auch verbessert gegenüber dem lago 1.0 den die hat jetzt natürlich neben den verschiedenen grund settings das war da auch schon der lago hat sie eben die user funktion die auch schon der lago hatte aber hier haben wir jetzt neben dem d judder also beim d judder kann man einstellen wie stark er das ruckeln rausnimmt man hat jetzt hier noch den separaten regler wie stark er eben die die bewegungsschärfe anhebt das ist also auch noch präziser und gerade für anspruchsvolle großbild fans ist das natürlich sehr erfreulich da kann man nämlich jeder kann da praktisch sein perfektes setting finden und das ist dann eben auch aktiv und das ist übrigens dann auch von anwendung zur anwendung verschieden nutzbar wie gesagt das ist jetzt hier bei youtube wenn man jetzt hier wieder auf dem spielfilm wechselt kann man das natürlich auch einstellen und man sieht wie schnell man hier eigentlich alles hin und her springen kann schneller geht es eigentlich gar nicht mehr dann haben wir hier dason dason ist natürlich jetzt auch eine sehr beliebte app für sport klar so einen mobilen beamer den wird man immer vielleicht auch mal zu freunden nehmen um fußballspiel oder formel 1 spiel oder sonst was gemeinsam zu sehen und hier kann man dann alles direkt streamen ohne extra zuspieler braucht nur natürlich eine internetverbindung entweder wlan oder eben per netzwerkkabel da gibt es noch andere streaming app video load rakuten und so weiter die kann man sich alle auch im lg content store aussuchen es gibt also praktisch einen eigenen webstore bei dem lago 2.0 und da hat man eine übersicht von diversen apps hier sehen wir das gibt zum beispiel die zdf mediathek die ard mediathek satu ist auch eine app mit der man fernsehsendern auch streamen kann das auch sehr praktisch damit man wirklich als fernsehersatz benutzen kann und wenn man so eine app installieren will dann klickt man sie einfach an und geht hier auf install der man sieht hat hier der projektor einen eigenen speicher für apps und dann zieht er sich die app aus dem aus dem internet geht auch sehr schnell schon installiert und dann kann man sie starten und dann ist man auch schon jetzt hier in der entsprechenden app kann hier nachrichten gucken ja dann neben den streaming apps haben wir natürlich auch noch einen web browser ein web browser kann auch sehr praktisch sein natürlich fehlt immer so ein bisschen die tastatur man kann aber tatsächlich eine eine externe tastatur anschließen es gibt sogar von ag selber eine tastatur und dann kann man das tatsächlich alles als browser benutzen und auch der browser ist dank des quad core prozessor schneller geworden also das ist wirklich nutzbar man sieht jetzt hier haben wir jetzt hier sogar kleine schriften mal man sieht dass der beamer nach wie vor full hd auflösung doch in der lage ist auch sehr kleine schriften wirklich lesbar und scharf abzubilden und sogar hier flash und so funktioniert tatsächlich auf den auf den webseiten ja was hat man noch man kann den auch so ein bisschen als schaltzentrale nehmen jetzt sehen wir hier zum beispiel musik er hat natürlich interne laubsprecher über die man jetzt nicht unbedingt musik hören möchte aber er ist eben in der lage alles was er aus dem internet streamt sei es musik oder auch videos per bluetooth oder eben sogar optisch spdiv an externe geräte auszugeben und ja dann kann man wenn man jetzt ein bluetooth tauglichen verstärker hat praktisch den ton direkt in echtzeit funken und damit auch musik hören und hier das dann auch umschalten das gleiche für videos und fotos gibt ja einen eigenen foto viewer der sucht sich praktisch alle alle fotos die man im netzwerk findet und die natürlich freigegeben sind und man kann die dann anzeigen und das ist auch sehr praktisch für die man kann ja auch sagen wir mal über eine festplatte usb fest das geht auch man kann natürlich voller usb man kann über das festplatte man kann auch video dateien das geht auch nicht nur per festplatte auch per memory stick die haben teilweise inzwischen 64 gigabyte ja da kriegt man richtig was unter da kann man auch für den urlaub für seinen urlaub also tatsächlich hat sich der lage viel an heimkino großbild fans verkauft die richtig großen beamer daheim haben und auch sowas im urlaub und unterwegs haben wollen da kann man mich einfach mit so memory stick film mitnehmen oder sonst was und gucken oder auch wenn man urlaub gefilmt hat kann man abends noch mal gucken was man da alles gesehen hat das ist eigentlich super universell einsetzbar man braucht auch keinen pc mitzunehmen also das heißt eigentlich nur den nackten projektor in die tasche und in handtuch eingewickelt sage ich jetzt mal und das wäre eigentlich dann ausreichend mehr praktisch es gibt ja auch diese screenshare funktion da kann man ihn tatsächlich dann mit einem tablet oder einem handy koppeln und dann hat man praktisch noch mal eine große kopie von dem was man auf dem handy sieht ist auch super wenn man rumsurft dann ist noch etwas bequemer es ist dieses miracast genau das ist miracast bei android bei apple geht es aber glaube ich auch irgendwie übers netzwerk genau und ja da kann man eben auch noch mal praktisch in groß gleichzeitig gucken was auf dem handy hat ist auch super ist vielleicht auch eine alternative zum internen browser aber das eben noch besser bedienen kann ja es gibt eigentlich keine funktionen die man mit diesem gerät nicht machen kann und dank des neuen betriebssystems und des neuen prozesses ist das eben hier auch alles sehr flüssig und rasend schnell ja und sowas von selbsterklärend nicht also das ist man kann da eigentlich gar nichts falsch machen und das ist definitiv eine große verbesserung gegenüber dem gegenüber dem alten modell da war das alles noch sehr sehr rudimentär wir sollten das aber doch noch mal auflösen dass dieses goldene objektiv was das jetzt doch bringt nämlich nichts ist auch geschmackssache wer gold lieber mag oder silber es gibt ihn nur mit dem goldene sollte man den ring auch in rosa anbieten ja genau richtig lackier service ja was haben wir denn jetzt noch im menü zu zeigen ja ich glaube es gibt natürlich verschiedene streaming apps die jetzt alle zeigen den den webshop tagesschau hier kann übrigens auch direkt die eingänge wechseln man kann ja auch oben die eingänge noch mal wechseln ja worauf wir noch eingehen man kann ja auch hier tatsächlich verschiedene verschiedene netzwerke tatsächlich sehen was vielleicht noch interessant ist ist wenn man hier auf da war ich eben schon mal auf das bildmenü geht hier kann man auch verschiedene presets direkt anstellen das bildformat ist auch noch so ein shortcut menü für bildfunktionen und es gibt dann eben hier noch die die settings die bildsettings da gibt es verschiedene presets und auch da kann man sich so richtig austoben neben den standardsets gibt es natürlich die expert settings und da bietet der projektor tatsächlich auch für für kalibrier fans alle funktionen color management farbtemperatur equalizer und 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 da kann man sich also richtig austoben den beamer noch mal zu kalibrieren und auch das ist dann aber was wir fortgeschritten das ist dann was wir fortgeschritten aber auch das ist vorhanden läuft wirklich sehr gut und man kann es tatsächlich auf alle quellen auch dann anwenden alles sehr durchdacht also insgesamt ist er jetzt praktisch von dieser ganzen bedienung auf dem allerneuesten stand auch die fernbedingung ist angepasst also die fernbedingung die ist ja wesentlich größer geworden ich zeige das dann auch noch mal im bild gegenüber der alten fernbedingung haben wir jetzt wesentlich mehr tasten wir haben eine 10er tastatur wir haben eine suchtaste und so weiter das ist eben auch dem neuen betriebssystem geschuldet das ist leistungsfähiger und so kann man etwas besser interaktiv bedienen als das bei der alten fernbedingung noch der der fall war die vielleicht ein bisschen designtechnisch schöner was man jetzt hier im bild nicht sieht wir haben den lago 2.0 der hat ja eine kamera bzw ein stativ gewinde und wir haben das ganze um das jetzt noch ein bisschen schöner auszurichten auf ein stativ gestellt auf sein mini stativ und das kann man dann im prinzip auch wenn man jetzt unterwegs ist sollte man sowas mitnehmen und ja das ist dann immer von vorteil und an dieser stelle sagen auch noch mal erwähnt dass er eben in der station besonders einfach ist und er hat so eine eingebaute wasserwaage und wenn man ihn so ein bisschen schief stellt zum beispiel um irgendwelche möbel hinweg zu projizieren dann dauert das nur ein zwei sekunden und er passt das trapez an man sieht das hier sehr gut ich stelle das jetzt noch mal tief und zack ganz schnell ist das angepasst also einfacher geht es eigentlich nicht mehr hinstellen irgendwie ausrichten dass man ein bild hat jede weiße wand tut eigentlich scharfe einstellen zoom der zoom bereich ist natürlich nicht der allergrößte 1,1 fachen zoom und die scharfe einstellen und fertig ist man schneller geht es wirklich kaum also das ist doch schon sehr vorteilhaft und anständig ja jetzt sind wir so ziemlich zum am schluss angelangt aber wir haben noch etwas neues für euch da und zwar den adagio 2.0 genau dann hat der eggy nämlich auch habe ich auch dabei das ist jetzt der adagio 2.0 das ist die kurzdistanz variante vom lago 2.0 das heißt der schafft es aus 10 20 zentimeter abstand ein genauso großes bild zu erzeugen man kann ihn dann also auf dem zeitbord stellen und ihn praktisch als fernsehersatz nehmen aus allernächster nähe eben ein riesen bild macht genau und das ist im prinzip eigentlich immer mehr am kommen weil man sowas oder man kann diese version sehr schön auf das zeitbord stellen genau also das ist tatsächlich im kommen denn es ist eine sehr kosteneffektive möglichkeit ein sehr großes bild zu erzeugen wenn man schon mal nach preisen geguckt hat von 100 zoll fernsehern und mehr der wird sich bis auf die 70 80 100.000 euro hier gibt es praktisch für ein bruchteil gibt kann man eben ähnliche bildgrößen erzeugen das ist nur so ein parabol spiegel gelöst und ja äußerlich es gab ja auch den adagio 1.0 dass der 2.0 ist jetzt komplett weiß der vorgänger war noch so anthrazit farben hat sich also äußerlich ein bisschen mehr getan dafür hat er keinen goldenen ring das ist silber geblieben oben ist doch nicht gold also das heißt aber wir müssen trotzdem in der bildqualität keine abstriche machen ja das ist genauso gut das ist eigentlich genauso gut deshalb brauchen wir noch extra das ist praktisch identisch zum 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 lager nur ehemals kurzen wir müssen noch mal vielleicht zu dem vorgänger noch mal erwähnen dass der jetzt ja der vorgänger war schwarz jetzt haben wir praktisch weiß richtig das in einem lifestyle finish und dann muss man noch dazu sagen dass wir jetzt auch eine zwischenbildberechnung haben ja also die led projektoren hatten tatsächlich alle schon eine zwischenberechnung vorher auch er hat die verbesserte zwischenbildberechnung die laser projektoren die haben jetzt auch alle zwischenbildberechnungen die werden wir übrigens auch bei dem event alle mit dabei haben also wir haben auf dem event gleich vier neue modelle den lago 2.0 in adagio 2.0 den adante 2.0 und den presto und den rest natürlich auch natürlich nicht 2.0 stimmt die haben natürlich auch noch da und ja wie gesagt einen großen workshop machen wir zu projektionstechniken zu den verschiedenen lichtquellen zu den farben die diese projektion erzeugen können und das wird glaube ich eine richtig schöne glache wer dann kurz entschlossen ist kann auch zu sonderpreisen diese geräte bekommen für essen ist auch gesorgt wir haben glaube ich auch noch eine überraschung dabei für kurz entschlossene die also dann so einen lg gleich mitnehmen wollen aber das findet ihr dann alles online genau für das event wer sich dafür interessiert kann sich anmelden bei euch auf der webseite und hoffe ich dass wir uns dann auch wiedersehen live mit allen geräten können wir den ganzen tag schön rumspielen also können wir jetzt schon mal sagen also für den lago 2.0 von meiner seite her auf jeden fall daumen hoch und ja hier das könnt ihr dann könnt ihr euch ja persönlich davon überzeugen dann hier bei uns wenn dieser event stattfindet gut also dann verabschieden wir uns da sehen wir uns hoffentlich in ziemlich genau drei vier wochen und bis dann alles klar tschüss tschüss das war eine unbeliebliche herz rauskünzen das war raus Das war's. Das war's.